Schauspieler Ryan Gosling und Partnerin Eva Mendes leben ein sehr zurückgezogenes Leben, fernab von der Öffentlichkeit. Es gibt wohl kaum ein Hollywood-Paar, das sein Privatleben so sehr schützt wie die beiden. Lange halten sie ihre Beziehung geheim und auch von der Schwangerschaft erfährt die Öffentlichkeit erst kurz vor der Geburt. Esmeralda kommt 2014 und der Marder 2016 auf die Welt. Doch jetzt zeigt sich Gosling mit seiner Tochter Esmeralda in der Öffentlichkeit. Wer allerdings glaubt, dass die Kinder in Brangelina-Manier ab sofort vor jede Kamera treten, der irrt. Es wird wohl bei diesem seltenen Schnappschuss bleiben. Der letzte gemeinsame Red-Carpet-Auftritt des Paares ist bereits fünf Jahre her. Damals stehen die beiden gemeinsam für den Film The Place Beyond the Pines vor der Kamera.